Hallo, ich bin Julian Otten, ich bin 21 Jahre alt und mache meine Ausbildung bei Sunabike zum Zerspannungsmechaniker. Ich nehme euch heute mal mit in mein Arbeitsleben. Wir arbeiten hier bei Sunabike mit modernen Dreh- und Fräsmaschinen. Heute zeige ich euch, wie wir einen Tankstutzen fräsen. Zuerst wird das Rohmaterial in die Fräse gelegt und die erste Spannung bearbeitet. Danach geht es weiter zur Drehbank, wo das Teil fertig gedreht wird, bei jedem schnell säubern und dann sehen wir auch schon, wie der Tankstutzen seine Funktion bekommt. Ich habe ja schon meine erste Lehre als Fahrradmechatroniker gemacht und da ist mir aufgefallen, dass mich die Produktion der Teile am Motorrad doch noch mehr interessiert und ich auch somit jetzt die Möglichkeit habe, bei Sunabike meine Ausbildung zum Zerspannungsmechaniker zu machen und damit mein Interesse zum Motorrad und meinen Job zu verknüpfen. Wenn man dann im Nachhinein auch noch auf einem Bike sitzen kann, wo man sieht, dass man die Teile selber produziert hat, ist sehr geil.